Die DHV-News vom 5. Januar 2024. SPD dödelt weiter vor sich hin, FDP und Grüne antworten. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und Dirk's Groschopp. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Die Vorbemerkung diesmal nur bezogen auf unsere noch laufende Spendenaktion. Wie immer bis zum 15.01. könnt ihr noch Geld in den Topf werfenden Spenden-Counter auf unserer Startseite nach oben treiben und das neue Spendenziel für nächstes Jahr festlegen. Wir haben es geschafft tatsächlich oder 2.959 Spender und neue Fördermitglieder beim Handverband haben es bisher geschafft schon unser Spendenziel vom letzten Jahr zu übertreffen. Wir sind jetzt bei 141.181 Euro mit allen Eingängen bis gestern und im letzten Jahr sind es 129.933 Euro gewesen, also schon ordentlich drüber. Eine große Spende ist dazwischen mit 55.000 Euro die größte Einzelspende, private, die wir je bekommen haben. Vielen Dank an der Stelle dafür nochmal und an die fast 3.000 anderen Mitmacher bei der Aktion mal wieder. Ihr könnt auch noch was gewinnen, nach wie vor ab 10 Euro oder als neues Fördermitglied. könnt ihr euch nochmal angucken auf unserer Seite und ein paar Tage habt ihr noch, 10 Tage noch, um unsere Kasse für nächstes Jahr aufzupumpen. Und ja, wie sich jetzt zeigt, würde es auch noch nötig sein, weiterzukämpfen. Wir sind noch nicht am Ziel. Zum nächsten Thema oder zu dem Thema, wie immer jetzt in letzter Zeit sozusagen oder seit Anfang Dezember spätestens. Und ich mache nochmal so ein, was bisher geschah, weil wir haben auch ein neues Jahr, frohes neues Jahr übrigens da, by the way. Es gibt eine Einigung über das Cannabis-Gesetz, das am 27.11. letztes Jahr beschlossen wurde sozusagen oder veröffentlicht wurde per Pressemitteilung. Da haben alle drei Ampelfraktionen gleich lautend gesagt, wir sind uns einig, wir haben die Details jetzt klar soweit und wir können jetzt loslegen. Dann gab es aber einen Aufstand in der SPD-Fraktion von ein paar Abgeordneten und seitdem haben die Fraktionsspitzen diesen Kompromiss nicht mehr bestätigt und immer nur irgendwelche ausweichenden Floskeln gebracht von wegen, wir sind auf der Zielgeraden, wir müssen noch beraten, wir sind jetzt fertig, wir stehen zu dem Entwurf, aber da muss jetzt noch ein bisschen mehr Gesundheitsschutz rein oder Kinderschutz oder was auch immer. Immer solche Aussagen von wegen, so richtig fertig sind wir jetzt doch noch nicht. Kein klares Bekenntnis zu der ganzen Sache, kein klares Bekenntnis zum Zeitplan, dafür ausreden, warum verschoben wurde die Abstimmung im Bundestag, wegen Hamas-Angriff, wegen Haushalt, was alles gar nichts mit dem Handverhandlungsgesetz zu tun hat. Die müssen offensichtlich noch interne Schwierigkeiten klären in der SPD-Fraktion. Das ist der Punkt, an dem wir standen und meine letzte Nachricht im letzten Jahr war, dass der Fraktionschef der SPD-Mütze nicht sich dazu geäußert hat und wir sind im Moment sehr darauf aus, von der Fraktionsspitze jetzt mal Antworten zu kriegen, weil die drogenpolitischen Sprecher sind ja da, die hätten sowieso ein viel liberaleres Gesetz gerne gehabt und die waren sich auch einig, dass man jetzt abstimmen kann, sondern diese Abstimmungen wurden eben von weiter oben verhindert und das ist auch der Grund, wieso wir jetzt nicht mehr so hinterher sind, von den drogenpolitischen Sprechern irgendwelche Statements zu kriegen. Ja, da sind immer wieder neue Leute, die einsteigen, die hier zugucken oder in den sozialen Netzwerken sich einmischen und dann nochmal fragen, ja, wieso, ich will auch mal was von KMW gehören und Co., ja, wieso sagen die alle nichts. Ja, die haben alles gesagt, was zu sagen gibt sozusagen und dann haben die Fraktionsspitzen, insbesondere SPD-Fraktionsspitze an dem Punkt, denen im Prinzip auch Knüppel zwischen die Weine geworfen, ja, das ganze Thema wird weiter oben verhandelt, was auf der Tagesordnung vom Bundestag auftauchen kann und was nicht. Und auch diese Schreitigkeiten verschiedener Fachpolitiker, in dem Fall Drogenpolitiker versus Innenpolitiker, da muss eben die Fraktionsspitze irgendwie jetzt mal koordinieren und sagen, was jetzt Sache ist. Und eigentlich müssten die sich auch einfach an die Verabredung halten, die sie ja schon längst getroffen haben mit den anderen. Vor dem Hintergrund gibt es jetzt zwei neue Statements einerseits aus der SPD, weiterhin nicht von der Fraktionsspitze, da gibt es seit Mütze nicht nichts Neues, der da eben gesagt hat im letzten Statement, dass man zum Entwurf steht, aber jetzt eben noch mehr Jugendschutz da reinhaben will. Jetzt haben wir Abgeordnete Joe Weingarten, der sich gemeldet hat aus der SPD, der auch gegen die Legalisierung stimmen will, also jemand Neues im Boot sozusagen, der sich da klar geäußert hat, dass er zu diesen Spaltern gehört. Und dann haben wir noch ein Statement von Dr. Christos Pantazis, der ein längeres Statement abgegeben hat, freundlich geantwortet hat auf Twitter auf eine entsprechende Anfrage, aber dann in dem Zusammenhang eben auch gesagt hat, dass die Debatte in der Gesamtfraktion bei der SPD jetzt erst ansteht. Ja, dass die Gesundheitsleute da bei der SPD, der Gesamtfraktion, die Zustimmung empfohlen hätten und dass da jetzt drüber diskutiert wird. Da fragt man sich erstens, was haben die im ganzen Dezember gemacht, weil da ja schon klar war, irgendwie da gibt es eben die Revolutionäre, die jetzt den Kompromiss nicht mittragen wollen. Und am Anfang Dezember war auch eine Pressemitteilung, Pressstatement und auch Twitterstatement von der SPD-Fraktion da, wo gesagt wurde, hier zwei geschäftsführende Vorstandsmitglieder, Herr Wiese und Frau Schmidt, die sind jetzt auf der Zielgerade mit den Beratungen. Ja, also es ist jetzt ziemlich genau einen Monat her, dass sie auf der Zielgerade unterwegs sind, da mit der Koordination, dieser ganzen Durcheinander-Gerederei irgendwie bei der SPD. Und ja, keine weiteren Statements von der Fraktionsspitze. Stattdessen ein weiterer SPDler, der sagt, er will dagegen stimmen und einer, der sagt, die Debatte fängt jetzt erst an im Januar in der SPD-Fraktion. So, in diese Gemengelagereien habe ich jetzt mal Fragen gestellt, offiziell per E-Mail für die DHV-News, als Journalist in dem Fall sozusagen, nicht als Lobbyist. Wie es aussieht jetzt, ja, also sowohl Grüne, FDP als auch SPD. Erstens, über welche Beschlussvorlage reden wir da überhaupt? Auf die sich da geeinigt wurde? Da gab es auch noch Unsicherheiten in der Szene sozusagen, habe ich festgestellt. Dann stand der Beratungen zum Inhalt und Fragen zum Zeitplan. Ja, relativ ausgefisselte Fragerei. Das werde ich alles auf der DHV-Seite nochmal dokumentieren, weiß aber nicht, ob ich das heute noch schaffe. Aber ich fange mal an mit der Beschlussvorlage, weil da kann ich mal ein bisschen Aufklärung, glaube ich, auf jeden Fall leisten. Es ist so, wie ich immer angenommen habe, das wurde mir aus dem Büro Kappert-Gonther jetzt nochmal offiziell bestätigt. Es ist der Kabinettsentwurf, der ja bekannt ist und der auch viel diskutiert wurde, über den zum Beispiel ja auch die Anhörung stattgefunden hat, wo auch viele Statements von mir gesehen haben in dieser Anhörung. Da ging es im Prinzip um die Vorlage des Kabinettsentwurfs. Und dazu gibt es jetzt entsprechend der bekannt gegebenen Punkte zur Einigung, also wo die Gesetzvorlage nochmal verändert worden ist. Ein bisschen auch in unsere Richtung, ja, also auch ein paar Punkte in die richtige Richtung, wenn auch nicht weit in die richtige Richtung. Und dafür gibt es eine Beschlussvorlage, die geleakt worden ist, unter anderem auf LTO zur Verfügung gestellt wurde, Legal Tribune Online. Den Link schicke ich euch auch noch mit rein. Und das ist wohl tatsächlich die offizielle Beschlussvorlage. Da gibt es nichts Neueres. Also Kabinettsentwurf plus diese Änderungsanträge. Es gab zum Beispiel auch die Frage, wird es nicht vorher gemorpht sozusagen, werden nicht die ganzen Änderungsanträge sofort eingearbeitet in dieses Cannabis-Gesetz und es wird dann an einem Stück verabschiedet. Aber scheinbar ist tatsächlich im Moment Stand der Dinge nach wie vor. Kabinettsentwurf plus diese Änderungen, die im Einzelnen nochmal durchgestimmt werden. Und dann hat man eben das fertige Cannabis-Gesetz nach dieser Einigung von Ende November. Also meine Frage 1 sozusagen hat es damit geklärt, in dem Sinne, wie ich das sowieso auch angenommen habe. Stand der Beratung zum Thema Inhalt. Da fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was ich da so grob gefragt habe. Ihr könnt das alles auf der Homepage an die Tage nochmal genauer nachlesen. Erstens, ob die SPD-Fraktion denn überhaupt offiziell bei den anderen Fraktionen weitere Beratungen angemeldet hat. Nachdem dieser Kompromiss verkündet worden ist Ende November. Seitdem diskutiert ja die SPD und seitdem sagen auch die Geschäftsführer, ja, wir haben noch Beratungsbedarf an diesen und jenen Stellen und wir sind da noch dran irgendwie. Aber scheinbar nur intern. Also jedenfalls bis jetzt gab es keine offizielle Information dazu, ob das irgendwelche offiziellen Beratungen sind mit den anderen Fraktionen. Danach habe ich also mal gefragt und dazu Antworten bekommen von FDP und Grünen, sowie auch zum Zeitplan. Also steht ihr zum Entwurf, habe ich Grünen und FDP nochmal gefragt, würdet ihr darüber abstimmen, einfach so wie es jetzt ist. Das ist für euch eine klare Sache. Für die SPD ja offensichtlich ist nichts klar. Und würdet ihr sofort abstimmen. So, und jetzt lese ich euch mal die Antworten vor. Das ist ein bisschen länger, aber durchaus interessant. Und es sind eigentlich beides allgemeine Statements. Beide gehen nicht jetzt Punkt für Punkt auf meine Fragen ein. Und die Grünen haben es aber trotzdem geschafft, innerhalb dieses Statements irgendwie alle meine Fragen zu beantworten im Grunde. Und die FDP hat es geschafft, in diesem Statement keine meiner Fragen zu beantworten. Das ist also schon ein ziemlich großer Unterschied, sage ich mal so. Bei den Grünen kam übrigens die Anfrage, obwohl ich ausdrücklich um eine Antwort von der Geschäftsführung gebeten habe, von Kirsten Kappert-Gonther, der drogenpolitischen Sprecherin, oder cannabispolitischen Sprecherin. Aber ist abgestimmt mit der Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalik. Da habe ich auch nochmal nachgefragt. Der hat das bestätigt. Also das ist jetzt auch ein Statement von ganz oben. Ist abgestimmt mit der gesamten Fraktion. Und insofern hochoffiziell. Also schreiben die Grünen. Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung am 27.11.23 haben die Ampelfraktionen bekannt gegeben, dass sie sich in den Verhandlungen auf einen Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik geeinigt haben. Link. Die darauf folgende Berichterstattung war zutreffend und die Einigung hat Bestand. Die inhaltlichen Verhandlungen sind abgeschlossen. Es haben seitdem keine anderen Verhandlungen, auch nicht auf höherer Ebene, zwischen den Ampelfraktionen stattgefunden. Die Änderungen müssen nun vom Gesundheitsausschuss beschlossen und das Gesetz in geänderter Fassung vom Bundestag verabschiedet werden. Das kann innerhalb einer Sitzungswoche stattfinden. Wir Grünen streben eine zeitnahe Verabschiedung an. Glasklares Statement. Wir sind fertig mit Verhandlungen. Es gibt keine weiteren Verhandlungen. Die SPD hat auch nichts angemeldet irgendwie in dem Zusammenhang. Die diskutieren intern bei der SPD und die Grünen sind bereit, sofort und so schnell wie möglich dieses Cannabis-Gesetz zu verabschieden. Das ist, ja, da bleiben eigentlich keine Fragen offen, obwohl eben meine Fragen nicht einzeln angegangen worden sind. Ja, zeitnahe Verabschiedung. Er soll auch schnell gehen. Die wollen jetzt eigentlich nicht weiter warten. Und genau das, was sie da eben im November, Ende November verabredet haben, würden sie eben auch jetzt durchziehen wollen. So, und auf den gleichen Fragenkatalog hat die FDP geantwortet. Es ist ein gemeinsames Ziel unserer Koalition, das Cannabis-Gesetz schnellstmöglich im Deutschen Bundestag zu beschließen. Dabei gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Uns ist ein praxistaugliches und sinnvolles Gesetz wichtiger als ein übereiltes Gesetz. In den Verhandlungen zwischen den Fraktionen sind wir stets darauf bedacht, alle Interessen zu berücksichtigen. Einerseits muss Minderjährigen und Gesundheitsschutz, Sicherheit und Strafverfolgung sichergestellt sein. Andererseits dürfen gesellschaftliche Realitäten und das Recht auf Selbstbestimmung nicht vernachlässigt werden. Wir sind trotz interner Abstimmungsprobleme innerhalb der SPD-Fraktion äußerst zuversichtlich, mit unseren Koalitionspartnern das Gesetzgebungsverfahren in naher Zukunft abschließen zu können. Unser Anspruch ist es, einen verantwortungsvollen und legalen Umgang mit Cannabis ermöglichen zu können. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr noch dazu sagt in den Kommentarspalten, hier auf YouTube, aber ich werde diese Statements auch auf Twitter und Facebook mal noch einzeln loswerden. Und dann könnt ihr ja mal, bin ich gespannt, wie unterschiedlich die Reaktionen auf diese beiden Statements sind. Also erstens, die Grünen haben sich vollkommen gespart auf irgendwelche Inhalte, Minderjährigen, Gesundheitsschutz, Sicherheit, bla bla, diese ganzen Stichwörter noch mal runter zu rappeln, was jetzt noch alles irgendwie bedacht werden muss bei dem Cannabis-Gesetz, sondern ihr habt gesagt, wir haben uns geeinigt, können wir abstimmen. Und hier kommt eben wieder dieses übliche, genau dasselbe Geschwimmel eigentlich wie bei der SPD, wir wollen schnell fertig werden und wir müssen aber irgendwie noch dieses und jenes berücksichtigen. Klingt erstmal für mich so, als wäre die FDP auch nicht abstimmungsbereit, weil eben alles Mögliche noch berücksichtigt werden muss an Interessen. Und es ist auch gar nicht, auch da im Prinzip werden zwei Antworten angeboten in diesem Statement. Erst heißt es, in den Verhandlungen zwischen den Fraktionen sind wir darauf bedacht, alle Interessen zu berücksichtigen und so weiter. Klingt so, als gäbe es noch Abstimmungen zwischen den Fraktionen. Und dann kommt, wir sind trotz interner Abstimmungsprobleme innerhalb der SPD-Fraktion zuversichtlich und so weiter. Was so klingt, als gäbe es nur bei der SPD eben die Abstimmungsprobleme. Ich habe nochmal nachgefragt, darauf hingewiesen, dass ich das nicht für eine klare Antwort halte. jetzt dann nicht nochmal ein Feedback dazu bekommen, rechtzeitig jedenfalls für die News. Falls da noch was kommt, da werde ich dann auch den Artikel auf unserer Homepage dann entsprechend updaten oder so und hier natürlich auch darüber berichten. Aber dieses Statement ist erstmal besorgniserregend, finde ich, dass denen nicht gelingt, einfach Ja oder Nein zu sagen. Steht die FDP-Fraktion hinter dem Beschluss, der ja schon längst irgendwie geeinigt war, hinter dem Kompromiss, hinter der Vorlage? Ja, Nein. Ja, können Sie einfach Ja, Nein sagen. Stattdessen irgendwas mit Gesundheitsschutz und Sicherheit und bla bla. Kann man nichts mit anfangen, so richtig. Und insofern ist dann auch die Frage nach dem Zeitplan, ob die da am Start sind, sofort zu verabschieden. Bleibt genauso im Dunkeln wie bei der SPD. Sie wollen schnellstmöglichst fertig werden, aber eben, aber, aber alles Mögliche muss noch irgendwie in Betracht gezogen werden, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Ja, das wirft also mehr Fragen auf, als es beantwortet. Übrigens, die Frage nach dem, über was reden wir überhaupt, da haben Sie erstmal alle ignoriert. Also, was für eine Abstimmungsgrundlage, ist denn überhaupt da, ja, welches Dokument? Das habe ich auf Nachfrage dann aus dem Büro Kappert-Konter bekommen. Und die Antwort von der FDP kam von Frau Ascheberg-Dugnus. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, also direkt aus der Geschäftsführung und insofern auch hochoffiziell. Schade, dass das nicht klarer geworden ist, dieses Statement. Die SPD hat, wie gesagt, überhaupt nicht geantwortet. Da habe ich auch am wenigsten mit gerechnet. Ja, ich habe eigentlich auch gar nicht unbedingt damit gerechnet, da ist auch die anderen Antworten. Insofern schon mal soweit gut, ja, dass die überhaupt irgendwie mal reagieren. Grüne und FDP. Die Grünen mit einem ziemlich klaren Statement auch, ja, da bleibt eigentlich keine Frage offen. Die sind am Start, die sind dabei, kann losgehen. Bei der FDP, ja, frag die mal, ja, irgendwie, was jetzt das bedeuten soll. Fazit. Wir haben weitere Spalter, die sich geoutet haben bei der SPD. Das Cannabis-Gesetz ist weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Unsere E-Mail-Aktion an die SPD-Fraktion läuft weiter. Wer da noch nicht teilgenommen hat, ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung hier. Macht da mit. E-Mail an die Fraktionsgeschäftsführung der SPD. Dazu doch bitteschön da jetzt mal irgendwie die Bremse loslassen sollen und das Cannabis-Gesetz verabschieden sollen. Vielleicht nochmal für die, die jetzt irgendwie nicht jedes Mal hier ewig zuhören oder neu einsteigen ins Thema. Geplant ist das Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes nach der aktuellen Fassung am 1.4. Das kann auch noch funktionieren, wenn es jetzt bald in den Bundestag kommt. Das muss danach dann nochmal durch den Bundesrat. Der am besten Fall dann eben auch keinerlei Einwände mehr erhebt. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der dann interessant wird. Aber sagen wir mal, das geht da durch. Dann müssen die am 22. März verabschieden. Ihr OK sozusagen oder ihr Statement beim Bundesrat. Dann ist es möglich, dass es zum 1.4. noch in Kraft tritt. Aber da ist noch drei Wochen vorher Bedenkzeit davor. und deswegen muss der Bundestag einen Monat früher zum Ende der Sitzungswoche am 22. 23. Februar ungefähr spätestens das Cannabis-Gesetz verabschieden. Die SPD will das aber auch nicht mit dem Haushalt zusammenbringen. Und in der Haushaltswoche ist normalerweise auch nur Haushalt. Und das wird wahrscheinlich die zweite Sitzungswoche sein. Auf der ersten Sitzungswoche steht Cannabis-Gesetz nicht drauf. Und dann ist also wirklich der letztmögliche Zeitpunkt. Und unser Vorschlag wäre eben, nehmt jetzt gleich die erste Sitzungswoche Mitte Januar. Dann habt ihr das erledigt, bevor der Haushaltsberaterei dann kommt. Und da ist genug Platz. Da wird über alles Mögliche diskutiert, wird alles Mögliche verabschiedet. Ja, ich sage nur, Arktis-Strategie ist eines der berühmten Beispiele, die jetzt da im Januar behandelt werden. Aber eben kein Cannabis-Gesetz. Und ja, wenn es keine offiziellen Verhandlungen mehr gibt, warum dann nicht irgendwie gleich jetzt verabschieden? Wäre immer noch möglich. Können Sie immer noch draufpacken auf die Tagesordnung. Und alles andere wird dann schon zeitlich knapp. Und ja, bald muss im Prinzip diese Frage geklärt werden, dass das dann spätestens im Februar auf die Tagesordnung kommt. Sonst wird auf jeden Fall das Inkrafttreten zum 1.4. gerissen. Also bleibt weiter aktiv. Wir haben seit über Weihnachten nun die Tage, die tollen Tage irgendwie wild weiter getrommelt. Jedenfalls auf Twitter. Wie sich das gehört für die politische Plattform. Aber ich denke, auch bei den anderen Plattformen sind viele aktiv, die da eben die Akteure anfragen sozusagen. Aber wie gesagt, es geht vor allen Dingen um die Fraktionsgeschäftsführung. Mittlerweile die parlamentarische Geschäftsführung und nicht mehr so sehr um die fachpolitischen Sprecher. Die haben alles dazu gesagt. Die sind dafür, die sind bereit und so weiter. Aber können eben nicht für die gesamte Fraktion sprechen. Dafür gibt ja eben die Koordination der Fraktionen, um da die verschiedenen Stimmen unter einen Hut zu kriegen und mit den anderen zu verabreden. Tagesordnung oder Nicht-Tagesordnung. Okay. Soviel dazu. Schön eine Beantwortung gekriegt haben. Eine hätte ein bisschen klarer ausfallen können. Bei den Grünen klare Sache. Da fällt mir nichts zum Meckern ein. Dann haben wir noch ein paar kleinere Geschichten. Einmal ein Gericht in Bayern hat interessante Einblicke gegeben, wo ich auch nochmal einen Zeitungsartikel von Merkur zitiere. Wo es dann erst darum geht, dass der Angeklagte mit seinem kleinen Cannabis-Vergehen besser die Legalisierung abgewartet hätte. Diese Teillegalisierung, die ja jetzt eben kommen soll, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Und dann geht es weiter im Artikel. Weil dies voraussichtlich im Frühjahr 2024 der Fall sein wird, regte die Staatsanwältin an, das Verfahren einzustellen. Das Gericht folgte der Anregung. Das, so war in einem Nebensatz zu hören, sei derzeit am Landgericht gängige Praxis, wenn es in Strafverfahren und kleinsten Mengen weicher Drogen gehe. Wenn das Cannabis-Gesetz in wenigen Monaten in Kraft treten sollte, müssten sämtliche Urteile überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Stichwort Amnestie. Das Gesetz der Ampelregierung sieht vor, dass rechtskräftig verhängte Strafen wegen solcher Taten, die nach neuem Recht nicht mehr strafbar sind, mit in Kraft treten des neuen Gesetzes erlassen werden sollen, sofern sie noch nicht vollstreckt sind. Also will das Gericht sich im Prinzip diese Arbeit ersparen, da mit der Amnestie-Regelung da eben rückwirkend nochmal wieder durcheinander zu bringen und greift im Prinzip vor und nimmt die Fälle dann jetzt schon quasi ein bisschen aus der Schusslinie und stellt die Verfahren ein, wenn eben klar ist, irgendwie jedenfalls nach Plan, dass dann im April sowas gar nicht mehr scharfbar wäre, worüber da verhandelt wird. Das Ganze in Wolfratshausen, auf jeden Fall in Bayern, Amtsgericht in Bayern. Aber pass auf, da ist sicher nicht überall gängige Praxis, ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, dass alles, was im Cannabis-Gesetz steht, insbesondere Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis, bei den Gerichten jetzt überall eingestellt wird, deswegen, also da ist jetzt mal ein interessanter Einblick, wenn das überhaupt stimmt, was jetzt die Reporterin oder die Reporter da aufgeschnappt hat, aber ist nur in einem Landgericht, oder ja, doch Landgericht, nicht Amtsgericht, sondern Landgericht, gängige Praxis, ja, interessant, aber verlasst euch nicht drauf, ihr könnt jetzt da nicht irgendwie davon ausgehen, dass ihr jetzt in Ruhe irgendwie mit dem Cannabis durch die Gegend laufen könnt. Dann haben wir noch wilden Widerstand und der Ärztekammerpräsident Reinhard hat es da nochmal richtig aus dem Fenster gelehnt, jetzt nochmal mit einem weiteren Interview auf RND und vorher war ja auch die Bundesärztekammer, deren Sprecher, er ist auch schon mit in so einem Netzwerk von Gegnern der Legalisierung, die nochmal einen Brief geschrieben haben, an alle Abgeordneten, dass sie doch bitte dieses Cannabis-Gesetz nicht verabschieden wollen, die richten am Morgenluft die Gegner der Legalisierung sozusagen und versuchen jetzt nochmal alles das Ganze zu verhindern und er wird jetzt da eben auch zitiert, mit ganz grundsätzlicher Anti-Haltung, Legalisierungspläne müssen in den Reichswolf, ja, also da wird auch gefragt, ob er nicht irgendwelche Kompromisslinien sieht und er sagt, ja, nee, weg damit, ja, mit dem ganzen Cannabis-Gesetz. Ja, und der ist ja ziemlich vehement unterwegs, sehr gut, der Reinhardt und die Bundesärztekammer, wo ich mich auch frage, wo sind die ganzen Ärzte, ja, die verstehen, dass das Quatsch ist, dass es gar keine medizinische Begründung dafür gibt, jetzt Cannabis zu verbieten und Alkohol nicht und dass das auch niemandem hilft, diese Verfolgerei irgendwie, da muss es doch jede Menge junge Ärzte geben, die das ein bisschen vernünftiger einschätzen, die das gar nicht als ihre Aufgabe ansehen, ja, jetzt dafür zu sorgen, dass weiterhin strafrechtlich hinter den Konsumenten von Cannabis hergerannt wird und die da irgendwie drangsaliert werden und so weiter oder dass der Schwarzmarkt weiterhin das ganze Geschäft machen soll, anstatt dass man geprüfte Qualität im Shop kriegen soll, da müssen auch jede Menge Mediziner und Ärzte sein, die das irgendwie schwachsinnig finden und dann frage ich mich, wie kann sich so jemand ewig irgendwie an der Spitze der Bundesärztekammer halten, der so einen Unsinn die ganze Zeit irgendwie rausposaunt und im Namen aller Ärzte Deutschlands quasi da jetzt fordert, dass weiterhin Leute verfolgt werden, weil sie Handfrauchen anstatt Alkohol zu trinken, das macht überhaupt keinen Sinn. Also zum Beispiel bei der GdP, Gewerkschaft der Polizei, hat zum Beispiel so ein Generationenwechsel ja jetzt stattgefunden und da kommen auf einmal ganz andere Töne, ja, man lässt sich drauf ein auf dieses Projekt und guckt, ob man das im Detail irgendwie vernünftig begleitet. Da sind zwar die Stimmen auch noch ein bisschen durcheinander, sagt der eine Landesverband hat eine und der andere Landesverband hat andere, aber Generationenwechsel wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Stichwort auch für die Bundesärztekammer in dem Zusammenhang. Sonst muss man ja denken, alle Ärzte haben irgendwie da so einen Wahn, Leute zu verfolgen. Thema Führerscheinforschung, da haben wir gleich zwei Nachrichten. Einmal hat Jakob Mantai vom ISD in Hamburg Institut für Sucht und Drogenforschung bekannt gegeben, dass die jetzt ein neues Forschungsprojekt haben von der Bundesanstalt für Straßenwesen, also über das Verkehrsministerium in Deutschland, wo die ein größeres Projekt haben, über längeren Zeitraum vor und nach der Legalisierung, vor und nach der Gesetzänderung zu gucken, wie sich das Verhalten der Leute im Straßenverkehr verändert. Das ist mal interessant, dass da überhaupt mal was passiert, ja, und vorher, nachher Forschung und so weiter. Da ist Wissing mal ein bisschen schneller unterwegs als Lauterbach. Da mahnen wir schon ewig an, wenn man evidenzbasiert jetzt irgendwie gucken will, ob das welche Auswirkungen das ganze Cannabis-Gesetz hat und die Änderungen der Cannabis-Gesetzgebung. Da steht ja sogar im Koalitionsvertrag drin, dass man das evaluieren will, welche Folgen das hat. Aber da muss man ja vorher Daten irgendwie erheben. Da muss man ja jetzt vor der Gesetzänderung anfangen zu gucken, wie ist jetzt der Stand der Dinge und wie verändert sich das? Bei Lauterbach null. Da passiert überhaupt nichts, aber immerhin im Straßenverkehr schon. Und da wurden auch schon die ersten Daten wohl erhoben. Da sollen insgesamt relativ viele Probanden getestet werden, aber da werden keine gesucht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Mantel aufgerufen hat, meldet euch jetzt alle da und macht jetzt mit. Das ist nämlich beim zweiten Punkt der Fall. Bernd Werse hat mal wieder angefragt vom Center for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt und Sprecher des Schildauer Kreises nebenbei gesagt, also absolut vertrauenswürdiger Mensch, der mit Sicherheit vernünftig umgeht mit euren Daten und nicht vorhat, irgendwie die Ergebnisse für irgendwelche prohibitionistischen Ideen da irgendwie auszuschlachten. Und der ruft tatsächlich zur Teilnahme auf, habe ich euch verlinkt unter dem Video und da mögen bitte alle, die einen Führerschein haben, daran teilnehmen. Es geht um den Umgang mit Cannabis und Alkohol im Straßenverkehr. Auch diejenigen, die wegen Cannabis mal einen Führerschein verloren haben, sind gefragt, da mitzumachen. Und ja, von daher, gerne alle Führerscheininhaber und Ex-Führerscheininhaber mitmachen, da beschert dem Herrn Wersel einen Haufen schöne Daten zum Arbeiten. Dann haben wir noch eine schöne Nachricht, wo die Kollegen vom Branchenverband der Cannabis-Wirtschaft und einige andere, die jetzt schon mehrfach gemeinsam Pressmitteilungen rausgegeben haben und Statements rausgegeben haben, sozusagen mit Cannabis als Medizin, die haben jetzt mal wieder sowas rausgegeben und da auch schöne Pressetreffer gelandet. Es geht nach wie vor um die Überarbeitung der GBA-Richtlinien, die eben bestimmen sollen, unter welchen Umständen Cannabis als Medizin von Krankenkassen bezahlt wird. Und da geht es auch um diesen Genehmigungsvorbehalt, dass also die Krankenkassen immer erst mal nach Antrag entscheiden sollen, können, ob jemand jetzt Cannabis als Medizin bezahlt kriegt oder nicht. Und in bestimmten Gruppen, Ärztegruppen, soll dieser Genehmigungsvorbehalt fallen. Da sollen jetzt Vorschläge eingebracht werden, bei welchen das sinnvoll ist und bei welchen nicht. Und da hat erst mal diese gemeinsame Stellungnahme gefordert, einfach komplett den Genehmigungsvorbehalt abzuschaffen, egal welche Ärztegruppe, so als Punkt 1. Aber dann eben auch noch mal reingebracht, auf jeden Fall die Hausärzte, die eben jetzt schon einen relativ großen Teil der Verschreibungen machen und durchführen und so weiter, dass eben wichtig wäre, mindestens die da auch mit reinzunehmen und zu berücksichtigen, wenn man wirklich das Ganze grundsätzlich erheblich verbessern will. Und das Ganze ist dann eben auch gekommen in der Deutschen Apothekerzeitung und der Parmatoitischen Zeitung. Insofern netter Medientreffer unserer Kollegen da an der Front. Das war es soweit. Jetzt habe ich noch die M-Termine für euch. Das wäre am 8.1. in Magdeburg Treffen der Ortsgruppe, in München am 11.1. Online-Treffen der Ortsgruppe und dann haben wir noch den Hanftisch der Mannheimer Gruppe am 16.1. Das war es für heute. Heute haben wir mal frische Infos exklusiv für euch. DHV-Content mit der Anfrage und den Antworten von Grünen und FDP. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, dass ihr dieses Video liked, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke drückt und einen Gruß am Abend habt. und dann